Dann haben wir noch Fractured Mind. Das ist, glaube ich, so ein Horror-Survival-Gedöns-irgendwas. Schauen wir mal. Ah. Ist das nicht das aus dem coolen Trailer, wo so ultra-realistisch aussehen soll? Naja, es geht, ne? Aber krass, es fängt einfach an, ne? Ah, doch, ja, ja, das ist in der U-Bahn. Start the Demo. Das ist doch das in der U-Bahn, genau. Wo andauernd irgendwelche komischen Dinge passieren. Läder laufen, sag mal. Do not enter. Okay. Also, falls mich wundert, ich habe auch keinen Ton. Der macht Auge. Und da ist die U-Bahn. Stop ahead. Passengers. Expect delays. Ich wohne in Deutschland, natürlich. Expecte ich delays. Da ist ja kein Ton. Kein Menü. Einfach nichts. Oh, mein Herz, alter. Aber ja. Open up. Das ist springen. Das ist nicht mein Menü, ne? Ich, aber baby. Das ist einf Bubbar. Das ist einfach... Das ist doch nicht. Ich... Es macht mich sicher. Ich halte mich. Oh, Dopperton. Ja, es sieht schon cool aus. Man muss sich erst mal einen Moment dran gewöhnen. Aber dann sieht es dann doch schon sehr cool aus. Als hätte ich so eine Bodycam an. Ich glaube, das ganze Spiel geht auch nur eine Stunde oder so. Also ich habe letztes Jahr, habe ich da mal ein Video zu gesehen. Das geht nicht lang. Es ist nur kompliziert. Weil man läuft ja immer durch denselben Waggon. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Und irgendwann verändert er sich. Auf einmal ist er voll mit Menschen. Dann liegt da eine Leiche. Dann muss man rauskriegen, was da passiert ist. Aber noch tut sich hier nichts. Mental Hell Wichtig, Leute. Wichtig. Mentale Gesundheit. Sehr wichtig. Aber das ist schon ziemlich langweilig. Kannst du nicht auch einfach mal zurückgehen? Ich habe mir tatsächlich, also letztes Jahr das Video angeguckt. Und da habe ich mir das komplette Gameplay angeguckt von dem ganzen Spiel. Und das bringt einfach nichts. Man muss hier immer weiterlaufen. Und dann ist da irgendwann ein anderes Poster an der Wand. Wo man dann interagieren kann. Ich weiß gar nicht, kann man hier interagieren? Also da verändern sich so einzelne Teile. Und das zieht sich einfach. Das ist halt so psychomäßig. Weißt du, du denkst, es geht nicht weiter. Und da tut sich nichts. Und auf einmal ist alles anders. Und man weiß gar nicht, warum. Das passiert einfach. Muss darauf achten, was sich verändert hat. Und muss dann damit interagieren. Das weiß ich noch. Pay attention to small details. Ja, genau. You will need five letters to unlock the padlock. They're hidden throughout the game. You will need to complete the body before proceeding to the ending. This totally doesn't break the fourth wall. Nee, null. Ja, genau. Small details. Aber ich... Ich weiß noch nicht mehr was. Irgendwas verändert sich. Ja, und schießen soll man auf keinen Fall, weil man braucht die Munition am Ende. Oh, Taschlampe. Oh, Taschlampe. Okay, weiter. Okay. Das Smoking-Schild ist neu. bringt mir aber nichts schade so das ist glaube ich gar nicht so berauschend für den stream weil sie doch sehr langweilig ist not wasting your bullets mache ich nicht jetzt ist das smoking schild wieder weg kann trotzdem nichts machen es ist halt im prinzip streng genommen eine riesige zeitverschwendung einfach da immer wieder rumzulaufen bis man irgendwann irgendwas passiert ja das schild ist immer noch weg also die kamera perspektive ist schon cool muss ich sagen das gibt schon also es macht schon einen geilen eindruck irgendwie nur dieser body cam style und so sorry we're closed das schild war eben noch nicht da ist da kann ich auch nicht zurück wenn ich wollen würde dafür ist das smoking schild wieder da sicher noch irgendwas verändert im waggon da drüben ist wieder ein poster das war von auch weg es passiert was wir halten an ich muss hier raus dann weiter schild wieder weg und poster wieder weg schild immer noch weg poster wieder da und schild die Frau in den quieten Suburbs von Polizien haben sich geholfen als sie hörten und kreis das sie wussten war kommen von der Haus als das nie passiert ist aber Unfortunately, als die Officers arrived auf der Szene a loud gunshot wurde gehört durch die otherwise quiet Nacht Die Polizei waren nicht zu subdue die Husband so sie wurden zu openen Officers present auf der Szene haben uns dass der Perfektor nicht auf ihre Calle zu verlassen, als er in eine trance-like state ist. Die victim, 25-Jährige Emily Meese, war er als happy, outgoing und full of life. Her husband, 28-Jährige Michael Meese, war als ein quiet, aber happy und well-adjusted Mann. Diese horrible Tragedy hat als ein großer Schock zu all die Menschen, die sie kennen, als sie immer als ein glückliches und in-love-Couple. Die Motive behind this seemingly strange murder ist still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Or was it the culmination of a long and simmering... Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. We interrupt this program with breaking news. Dann noch mal okay. Ich glaube, ich bin sogar der Mann, der seine Frau getötet hat. Ich weiß nicht mehr. Das ist aber auch fies, dass da keine Musik ist oder sonstige Hintergrundgeräusche. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always been a single-and-in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is that the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? or was it the culmination of a long and simmering men's phone? Das ist ein anderes Bild. Are you going insane? Call now. 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 Die Motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable... Das ist neu. Or was it the culmination of a long and simmering... Impatient referral form to psychiatric institutions. Oh, ja, okay. Okay. Ein Einweisungsschein für die psychiatrische Klinik. Können wir bitte gehen? Können wir... Nee! Hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? Auf diese Pisse hier kein Bocker! Ja, ich bin auch nicht so begeistert, weil, wie gesagt, ich hab das ja schon gesehen. Passiert nichts. Du kommst dann irgendwann in den Waggon rein und dann sitzt da alles voll mit Leute. Ohne Gesicht. Die haben alle kein Gesicht. Und dann liegt da irgendwann eine Leiche. Ich glaub hier sogar. Oder hier. Und dann ist es irgendwann vorbei. So ganz... Merkwürdig. Ja komm, lass uns lieber gucken, ob wir noch was anderes finden. Schönen? faces Untertitelung des ZDF, 2020